Hallo ihr Lieben, wir schießen so viele Gedanken, so viele Worte durch den Kopf, dass ich immer echt schwer tue, das halbwegs vernünftig darzustellen. Ich möchte einmal, lieber David, sagen, mit dir an der Spitze der Salzburger Sozialdemokratie habe ich das Gefühl, wir gehen auf jeden Fall einmal in die richtige Richtung. Und es ist so schön, Mitglied dieser Familie zu sein. Also ich als junger Mensch sage, die Sozialdemokratie mit ihren Werten, die vertritt so viel, was für die Zukunft, für ein positives Leben extrem wichtig ist. Und wenn man da heute teilhaben darf und den Spirit gespürt, wie wichtig das ist, dass man für diese Werte einsteht, immer wieder das benennt, zusammen die Ideen kreiert, zu sagen, hey, man geht den richtigen Weg, weil nur wenn es den Weg geht und den Mensch in den Vordergrund stößt und immer wieder die richtigen Sachen anspricht, nur dann wirst du erfolgreich sein. Weil die Menschen, die spüren das, dass man die echten, wahren Werte präsentiert, dass man es mitholt, man will ja ein schönes Leben miteinander haben. Und lieber David, du hast das richtig gesagt, das ist, ich ziehe mir auch für die Laufschuhe an. Weil das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Und diesen Marathon gewinnen genau die Leute, die ehrgeizig sind, die die richtigen Themen haben und die haben wir. Also, Freundschaft, kämpfen wir es, bocken wir es an. Applaus Und jetzt ist es, jeder hat die Leute, die Leute, die Leute, die in der карте, die Leute, ihre Mädchen, trees, ihre hidegel conta, um die Kleину, die Natur, sind die Oberflächlicher. Aber ich bin Nico für darf es ab. Und jetzt kann ich nicht sagen, liebe Gü inflam, aber die Leute, 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 sieh youtube undfahrt, das ja Design ним haben, sieh wie in den jensten Amn. Strawberry hat in Haven nur gesagt, unbeliebổter, die Squad. Und jetzt bin drinnen. Und jetzt kam, die Leute, die Leute, was dann ungestatt, wie ihr, was das einfach vor〇 spot zieennen, Untertitelung des ZDF, 2020